Ich erwarte eine sehr wichtige Lieferung zu Hause. Können Sie mich bitte anrufen, wenn sie kommt? Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Okay, ja, kein Problem. Geben Sie Nummer. Okay, 401-555-1125. 4. 4, 0. 4, 4, 0. Nein, nein, die 4 habe ich nur wiederholt. Eine 4. 1, 4. Gut, nochmal von vorn. 4, 0, 1. 4, 0, 0, 1. 1, 4, 0, 1. Ja, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Das war schmerzlos, okay? 1, 1, 2, 5. 1, 1, 2, 5. Sehr gut, dann haben Sie es. 1, 5, 5. Was? Sie sagen eine 1, 2, 5. 1, 5, 5. Nein, nicht eine 1 und 2, 5, 2, 1. 2, 1, 1, 1, 2, 5. Oh mein Gott. Okay, wie viele Einsen? Ich gebe Ihnen nicht die Anzahl der Ziffern, ich gebe Ihnen die Ziffern. 1, 1, 2, 5. Das sind die letzten vier Ziffern. Okay. 1. 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 5. 5. Oh verstehe. 1, 1, 2, 5. Ja, 1, 1, 2, 5. Lesen Sie mir die Nummer nochmal vor. Ich muss holen Stift. Okay, I'm expecting a very important delivery at the house. So could you please call me if it arrives? I'll give you my cell number. Okay, yes. No problem. Give me number. Okay, 4, 0, 1, 5, 5, 5, 1, 1, 2, 5. 4. 4, 0. 4, 4, 0. No, no, I was just repeating the 4. 1, 4. 1, 4. Alright, let's start over. 4, 0, 1. 4. 0. 0. 1. 1, 4, 0, 1. Yes, 5, 5, 5. 5, 5, 5. That was painless. Okay, 1, 1, 2, 5. 1, 1, 2, 5. There you go, you got it. 1, 5, 5. What? You say, 1, 1, 2, 5. 1, 5, 5. No, no, not 1, 1 and 2, 5's. 2, 1's. 2, 1, 1, 1, 2, 5. Oh, my God. Okay, how many 1? I'm not giving you quantities of the numbers. I'm giving you the numbers. 1, 1, 2, 5. Those are the last four numbers. Okay. 1. 1, 1. 1, 1. 2. 2. 5. 5. Oh, I see. 1, 1, 2, 5. Yes, 1, 1, 2, 5. Alright, now read the number back to me. Let me get my pen. Let me get my pen.